So, Freunde. So, wie lange ich noch aufnehmen kann. Noch 8 GB, okay, easy. Ja, das hier war wahrscheinlich, sind hier auf jeden Fall die Wabasieger. Okay. Let's mal kurz gucken, wo Ben ist. Mr. Popper, Mr. Popper hier. Wo ist er denn? Ja, also ein Teleporto-Player. Also, wenn ich der Stich hier mache, muss ich eigentlich aufstehen. Teleportiert werden, oder? Warte, was? Slash, tt. Okay, anscheinend kann ich das nicht. Du bist, was ist er? Ich bin zu dum. Ich bin zu dum. Ich bin zu dum. Ich bin zu dum. Oh, hier ist er, also. Okay, ich komme an Ihren Channel. Channel switched. Äh, Mark? Ja. Ich habe gerade zufälligerweise eine Hexe getötet. Und habe einen Trank bekommen. Darf ich den benutzen? Nein. Ach komm, die Feuerrecessence möchte ich aber haben. Ähm, ihr denkst, du kannst den höchstens gehen, den User benutzen. Aber der macht ja nichts mit Feuer, also. Wow, ja, ey. Ja, wann kommt Ben jetzt eigentlich? Ähm, ich weiß zwar, wo er ist, aber ich sage es nicht, weil er das halt... Ja, aber der soll mal kommen. Ich habe jetzt kein Glück, dass ich hier eine halbe Stunde rumstehe. Ob er auf dem Weg ist, ähm, das weiß ich leider nicht. Er ist auf dem Weg. Ja, okay, dann ist er gut. Okay, gut. Mehr sage ich aber auch nicht. Ja, er ist auf dem Weg. Ja, gut. Ja, aber wie Mark selber schon gesagt hat, wer allein ist, ist selber schuld. Ja, das stimmt echt. Hey, aber Jungs, das war ein netter Kampf. Boah, das war... Naja, unser Kampf. Ich habe mir das gemacht, wieso, wieso, ähm, rennt ihr weg, wenn wir hier full Dings haben hier? Äh, weil ihr geboxt, spammt habt und wir wussten nicht, wie viele Falle ihr habt. Ja, das stimmt nicht, mit den drei Pfeilen, ne? Mark hatte wirklich nur drei Pfeile. Du kannst ja sagen, du hast drei Pfeile und hast einen Steak. Ich weiß. Ja, aber guck mal, wie viel hat Julius Bogen euch gezogen? Vor allem, das ist geil, achso, äh, weiß ich nicht genau. Hat meiner viel gezogen? Einer Teil 14 bis 2. Ja, das hat niemals verzaubert. Wir haben uns zweimal gegenseitig eingeschossen. Ich bin zweimal bei Niklas in den Schuss reingelaufen. Ja, aber ich denke, ihr seid die sicheren Sieger. Es ist selbstverständlich echt nichts mehr passieren. Gar nicht gegenseitig stark, ne? Es sei denn, ihr seid fair, aber... Oder es sei denn, ihr misplayt beide richtig doll. Das kann ich mir nicht mehr vorstellen. Wer hat eigentlich die Wither-Köpfe? Ich weiß, wo zwei von ihnen sind. Ich habe aber keiner hat damit einen gefunden. Doch, beide Thronen sind leer. Oh. Aber ich glaube, keiner hat die Wither-Köpfe. Äh, nee. Wahrscheinlich hat Ben zwei Stück. Ben hat alle drei oder so. Warte. Ey, wenn Ben den Husser aktiviert, der Busser tötet euch. Und er gewinnt an euch. Das wäre es, ey. Das denke ich nicht. Wenn er den Husser aktiviert, habe ich einen Token, bevor der Husser... Ben hat ihn nicht. Denn, also... Wenn Ben den Husser aktivieren möchte, dann ist Ben Token, bevor er ihn aktiviert. Nein, wir machen kein 1 gegen 1, Alter. Das ist so schlimm, wenn ihr das vorhin auch beim letzten Fahrer war. Wir haben uns das gut erkämpft, dass wir noch zu zweit sind. Und dafür kämpfen wir auch jetzt jetzt zu zweit. Wir haben so viele Leute plattgemacht. Das war so schwer. Alter, ich bin so gespannt auf die Folgen, auf die Kämpfe. Die waren richtig geil. Wie viele Kämpfer hattet ihr denn, Marc? Ja, diesen einen. Ben läuft gerade zu einer Wand. Nein. Er meinte auch, er zieht das jetzt... Er meinte auch, er... Er fang gerade zu... Er fang gerade zu... Er meinte auch vorhin so aus Spaß zu uns. Ja, er zieht das jetzt mit zu viel raus, weil du da kein Internet mehr hast. Ja, dann sind wir Gewinner ganz einfach. Ja, stimmt aber echt, finde ich auch. Weil das wäre echt ein bisschen Nazi. Ja, jetzt ehrlich, wenn er jetzt irgendwie noch zwei Stunden unter Erde bleibt oder so... Nein, er ist über. Bei uns war es auch so, wir haben irgendwie eine Dreiviertelstunde so versucht, den Spawn zu finden. Und sind immer zu einer Wand gekommen. Ja, aber Marc, hast du wirklich einen von uns gesehen, als du aus dem Nesser kam? Als wir aus dem Nesser kamen, haben wir einen gesehen, der zwei Dier-Sachen hatte im Spawn. Das waren denn wahrscheinlich... War wahrscheinlich Jan, würde ich sagen. Doch, war Pferdefresser. Nein, wenn du zwei gesehen hast. Ne, nur einen. Achso, ja, dann war das. Ich muss ja auch nochmal in meiner Aufnahme genau nachgucken. Boah, Alter. Alter, ich werde nicht mehr im Vanish rumfliegen, das ist nervig. Oh, Marc, das tut mir übrigens... Ja, egal. Weißt du, Harsch, das war eben so eine Situation. Alter! Egal, ich habe jetzt gesagt, mein Nachname ist mir jetzt egal. Nachdem ich mir das in den Chat geschrieben habe oder wer auch immer. Ach ja, sorry. Ja, das guckt sich eh keiner an, dass ich das merke... Ja, und ganz ehrlich, was soll man mit einem Vor- und Nachname anfangen? Ja, ich meine... Also auf jeden Fall... Wie Simon L, wie ungespielt heißt in so einem Kram. Werde dich orten und töten. So wie Randy. Auf jeden Fall ist das so. Wow. Ich war im... So wie Randy. Ja, nix, ich... Ich habe krass Neo gebautet. Ey, ich... Ich dachte, ich war im GM3. Wollte so in Marks Sicht, also mit Rechtsklick. War im GM1, schlag ihn erstmal. Er dreht sich richtig um mich so. Fuck. Erstmal ganz schnell in den Chat geschrieben, sorry. Setz mal den Kopf auf. Ich sehe da einen, ich sehe da einen. Ach so. Dachtest du, ich bin Spieler? Niklas, gleich noch Rocket League. Ja, klar. Oh cool. Alter, ey. Warte, komm, Screenshot. Hallo. Ey. Oh, ich bin mit drauf. Ne, verpiss dich. Ey, wir lassen mal am Ende mit allen, die noch... Autobomb. Ne, ich mache jetzt keinen Screenshot mehr. So, jetzt habe ich einen gemacht. Sehr gut. Was denn, F12? F12. Ja, ne, F12. Ich denke, ich sende den. Der immer noch so 1 vs. 1. Äh, nein. Ne, mach nichts. Das wäre das Allerdümmste, was wir machen können. Äh, mach okay. Setz den Helm wieder auf. Alter, nachher verliert man... Verliert der eine und der andere verliert den auch noch und dann war's das, Alter. Ja. Ich möchte jetzt mal nach den... Nach der Inkompetenz... Ähm, des Ersten war was für mich. Möchte ich jetzt mal was raushauen hier, Alter. Naja, Inkompetenz, du hast gut gehandelt gegen uns beide. Ja, aber... Das war halt auch diese Überzahl-Situation. Ey, er ist eine Muserkopf vorbe... Da ist ein Muserkopf, bitte check es, bitte check es. Ja! Er hat einen Muserkopf, er hat den Geheim, den ich nicht kannte, gefunden. Wow. Naja, auf jeden Fall. Könnt ihr sonst nochmal, solange euch muten wir aus dem Channel gehen, bis der Kampf zu Ende ist? Jupp, gerne. Ich bitte mich. Jupp. 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 Danke. So. Sound muted. So Leute, da wären wir wieder alleine. Mal kurz die Soundspur. Machen sorry, dass es so komisch durch ist. Und ja, ich hab'n schönen Desktop, ich weiß. Oh shit. Ben ist Richtung... Ben kommt zum Spawn. Ben kommt zum Spawn. Oh oh, Alter. Das wär's jetzt. Digga, Alter. Das wär's jetzt, wenn Ben den Muser zündet und so gewinnt. Ah, die werden dir schon sagen, wo lang aus. Alter. Okay, er kommt Richtung Spawn. Da hinten sollte gleich der Baum sein. Jupp, da ist der Baum. Oh shit. Ich glaub' ich auch sein erstes Vauerfinale, ja ist es. Bei meinen ist er ja uns in die Hände gelaufen. BSC und beim zweiten, beim ersten war aber, ich sah als erster, glaub' ich, an Dawa Tarek. Gött' ich ihm aber auch mal. Und ich grüße es auch Niklas und White Shark, dann ist immerhin jetzt mal ganz viele regelmäßige Videos auf Sajjandpanda zu sehen. Und ja, würdige Nachfolger für BSC und beim ersten Mal Malou, äh Mayu. Aber immerhin Platz 5 für mich. Und jetzt der hoffentlich spannende Endkampf, aber ich glaub' ich so recht dran. Er will unbedingt das 1 vs. 1. Gemein wäre jetzt, wenn die sagen würden, okay, und das dann noch nicht machen würden. Oh man, ich hätt' die Dawa mal setzen müssen bei der Endkampf. Oh, da sind die beiden. Das könnte jetzt... Fertig werden muss. Jawohl, Ben schließt erstmal so'n Verbrennungstile dahin. Held' er! Slash MSG. Ich glaub' da helfe ich ihn mal mit dem kleinen Rad. Aber sie haben ihn auf jeden Fall irgendwie gesehen. Alter, mit dem Bogen, könnten die den so platt machen. Er könnte er ihn, sie so platt machen. Ich hab' den Nachmachricht jetzt. Ich hab' ihn eigentlich nicht gesehen. Sieht's jetzt nicht allzu sehr danach aus. Das war aber trotzdem Spaß gemacht, auch wenn's kein nütziger Kampf für uns. Oh, Leute. Ich kämpfe schon. Und Ben muss Pfeile sparen unbedingt. Oh, der erste brennt. Oh, shit. Ich hab' ihn noch keine Pfeile mehr. Oder? Doch. Oh, shit. Das ist auf jeden Fall der Hatterkampf. Und alle Köpfe hinter Ben. Ach, was wird er jetzt machen? Der muss Pfeile aufsammeln. Ach, scheiße. Ach, ich schaff' die jetzt einfach nicht. Ja. Ich schaff' er schon. So sind die anderen beiden Halucken. Oh, sie kommen von unten. Ben schießt zu viel, glaube ich. Wenn er gleich keine Pfeile mehr hat. Er hat noch Endlichkeitsbogen! der typ hat einfach nur nennlichkeitsbogen und der wald brennt wegen dem pfeil alter alter wenn das jetzt holt würde ich auch voll lustig wenn das alleine holt er hat auch ein uhrgestein der war der typ hat eiskalt in der unendlichkeitsbogen glaube ich auf jeden fall in den pfeil nicht aufgesammelt hat alter verwalter das ist echt krass muss ich sagen so in der feuerhöhle so ein kampf der endkampf ist schon mal der episch der war kein endkampf aller zeiten auf nummer zwei würde ich jetzt den von jürgens und lorenz packen weil das war halt ein langer normaler kampf und der von du hast von mir war einfach nur ein gummiges schwert drauf habe aber auf dem brot voll mit wenn ich lange bleiben können weil er dann brennen die ja auch und das ja auch ab lönig das sind allerdings kopf ist auch schon nicht so und wenn man weg das finde ich aber auch er sollte jetzt wenigstens den kampf beenden 1 1 2 1 2 1 2 2 3 4 5 Alter, wie das hinaus zählte, ohne Spaß. Ich geh jetzt, glaub ich, mal wieder zu beendet, der war hier irgendwo. Die Frage ist, wo ich bin, wie kann ich denn jetzt teleporten? Linkskick oder was? Hier zwei, was auch immer. Das hab ich noch nie gemacht, weil ich ja immer so lange überlebt habe, als es das Ding gab. Also beim letzten Mal. Hey, wieso denn gar nicht? Oh, Ben ist also hier. Gut. Oh, ich dachte grad, ich wär hinter ihm. Aber es war nur ein Gockel-Gockel-Hütchen. Los, ist das jetzt ganz weg, oder was? Achja, dieses Mal war schon ganz speziell. Also ich persönlich bin jetzt zum Beispiel nicht zufrieden mit meiner Leistung, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Oh, shit. Oh, shit. Wenn er jetzt 1 vs. 1 könnte man auch so rechtfertigen, dass Ben überhaupt gar keinen Teampartner hatte, oder so. Die dann halt der Team können. 2. 5. Da, 2. 8. 6. Wo sind die anderen beiden gerade? Wieso bin ich eigentlich so langsam? Oh, die sind ja in der Nähe von ihm. Oh, Bump Creeper. Okay. Okay. Oh, das ist natürlich nichts. Oh, die kämpfen. Oh, oh. Perfekt. Oh, Achtung, Ben, Ben, Ben. Das war's. Warte, warte. GG. Boah, das war so langweilig gerade, Alter. Zeig Leute, braucht du für den Wizard? Ja. Marc, du hast doch diesen Baum gebaut. Fick dich, Alter. Lass ihn, warte, lass mal kurz. Ja, Alter, wir sind lowlife und er haut uns einfach. Marc, hast du den Baum da eigentlich gebaut selber? Ja, hat er. Nein. Nee,요dinks, das verkauft mir dann nochmal mit, eigentlich schon aber dann nicht mehr. Ja, moin. Okay? gegen den usa seid ihr bereit ich höre mich doch will der usa ist fertig achtung leute alter was habt ihr für bürgen ein halbes herz schaden wie süß warte ich mach mal mein sound leiser lol er raucht hier übertrieben ist gern komm mal runter junge komm mal runter ich hab keine pfeile ne wow er hat mir schon zwei herzen schaden gemacht hallo ihr schlingel guten tag hallo jetzt hab ich keine pfeile mehr du dummer herzlichen herzen hallo danke jetzt hab ich noch drei herzen jannik dieser roll ist immer so unnötig scheiß drauf das gehört dazu nein lehrer habt ihr noch lehrer habt ihr noch ich hab noch 5 herzen aber ich kann nicht wissen der will nur dich der will nur dich jetzt nicht an jetzt nicht ist erstmal der kampf moment wenn nicht boah jetzt jetzt komm her komm her ja jetzt kann doch nicht wer fliegen weil der hafen ist jetzt wurde der so junge oh 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 wollt ihr noch nen ender drachen danach alter f*** dich den schaffen wir nie im leben außer du gibst uns ne stackpfeile dann können wir darüber reden ey f*** dich doch mal ich hab noch 3 herzen ey nein der ganze bone verfilmt die map scheiße ja danke jannik jetzt ist er tot jetzt ist er tot danke jannik ich hab noch ein herz wow danke jannik ich hab noch ein halbes herz du wow wow ich würd sagen ganz ehrlich ben ja tp mich mal gib immer meine sachen wieder ja ok warte ich hab deine sachen tp du ihn ich hab nicht mehr wirklich nicht wirklich nicht ja ganz ehrlich übernehme neinde warte kurz ich kuck ihn ich kuck ihn ich kuck ihn nein 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 da wird er nicht verlieren tp ist wieder mit uns zusammen hallo guten tag lass das mal mit den ganzen schlagen jetzt das ist die richtige ja noch ist doch jetzt es ist cool nicht gemein ohne spaß lass doch mal nein dass wir es jetzt mal lassen sollen alter fabi ja gut den bringe ich mal wieder um ich kann ja nicht aus ob man ok ist also leute ich sag mal herzlichen Glückwunsch zum sieg ja danke ich kann ja auch ich kann ja auch wie lange noch bis er trifft kann ich mich kurz in gamebook packen 1 kann ich mich hier mal tp'n damit ihr aus der scheiß warte warte ich mach kurz hab ein halbes herz der schöne waber baum ab ich geh das nicht mehr jetzt kommt denn wieder der uniposcheste endkampf aller zeit also das war eben ein geiler wer hat den endband ganz rick ja das mit dem doppel halt Jan kannst du dich muten also dann kannst du uns noch hören aber dann hören uns nicht mehr doppelt was so kurz ok ja ach äh bitte mal zu den koordinaten Moment, kann ich mal bitte Gm1 haben und alle folgen mir mal? Kann ich irgendwie wieder auf das Weiß-Board-Löblich rauskommen? Asch, du bist Gm1. Ganz kurz! Marc, kannst du mich kurz Gm1 packen? Ja, okay. Rüff dir mal kurze Koordinaten hin. Haut rein, ne, gute Nacht, ich verpiss dich, ich hab keinen Bock mehr. Jupp. Jupp. Ciao. Ciao, hat Spaß gemacht, Leute. Jupp, tschüss. Bis in einmal im Jahr. Ja. Oder bis Montag. Ja, ich glaub nicht. Bis Montag. Bis Montag. Aber ich mein, in, in Bauer-Ding. Ey, Ben! Aber Ben ist überhaupt nicht drin. Ben hatte alle drei Wozer-Köpfe, ne? Nein, er hatte nur einen. Nächstes Jahr nehme ich Kappa. Hab, 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 hab. Das war der Logan. Er hatte nur einen. Achso. Stell vor, er hätte alle drei gehabt, hätte er geplantet, der Wozer hätte euch getötet? Äh, hätte er nicht, er wäre auf ihn gegangen, der Wozer. Na, okay. Weil er am nächsten dran wäre, wäre der Wozer auf ihn gegangen. Mal angenommen, er hätte so gewonnen. Mann. Ja. Es wäre nett, wenn ich aus der Scheiß-Lobby mal wieder... Ja, ich tippe dich gleich. Alter. Warte! Slash-Game-Mod. Eins, zwei, zwei. Und... So, du bist jetzt... Okay, da muss ich lang. Ja, danke. Also, wir sind jetzt irgendwo an der Wand. Ich glaub, wir sind noch nicht... Marc, ich möchte noch ein Zusatz-Award haben, bitte. Ja, okay. Hast du denn ein Loch in der Mauer gefunden, oder was? Nee. Okay. Guck mal mit. Warte mal. Slash-Game-Mod. Hallo. Alter, ist das dein Ernst? Sorry. Wo soll er noch da sein? Hast du das jetzt gefunden, oder was? Ups, da sind wir doch schon in unserem Haus. Oh. Kann ich mal tp'n? Ich kann mich nicht tp'n. Ja, okay. Mach ich Slash tp'n. Ich mach das kurz, Marc. Ja. Sind schon alle da. Das ist unser Haus. Wir haben hier unser Haus und zwei Emeralds vorne dran. Alter! Leute, was habt ihr gemacht? Dann haben wir hier eine kleine Minecraft-Bahn. Erst haben wir hier ein bisschen gefarmt. Ihr hattet echt Langeweile, oder? Ja, wir wollten Diamanten finden. Und da ist noch eine Tafel. Hier, Marc. Die Tafel. Nein, Farbe schickt den Bahnhof auf die Schiene. Oh mein Gott. Ey, was macht man hier? Lol, Alter. Ey, Marc. Das ist hier... Ey, was ist hier drin? Okay. Alter, Janik! Ich hab dir jetzt einen offiziellen Award. Zum Hashtag-Bauer. Ne? Hier haben wir noch ein kleines Feld. Oh, das ist richtig gut, ja. Weißt du, wir... Wir waren so eine Stunde... Mir wird schwindelig. ...und sind nicht mehr zurückgekommen. Und dann waren wir dann wie eine Stunde und haben den Spawn nicht mehr gefunden. Wir sind mir schwindelig. Marc, Game 1. Ja, gut. Das war's jetzt auch, äh... Mit Waba... Genau. Drei. Von meiner Sicht das erste. Äh... Halt dein Maul. Natürlich. Ich hab gewonnen. Das muss ich... Also Leute, das war's jetzt mit Waba 3. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und nochmal das Video. Dann. Hey. avoir